Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier in der Aquaristik für Anfängerreihe. Heute zum zweiten Teil, bei dem es sich darum geht, was man wirklich für die Aquaristik oder für den Start in der Aquaristik braucht. Und da geht es sich zum Beispiel um das Aquarium, um die Technik, um die Pflanzen oder die Fische. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also Film ab und viel Spaß! Ja, ich würde sagen, starten wir auch sofort mit dem, was wir natürlich am allerwichtigsten brauchen in der Aquaristik oder wenn man mit der Aquaristik anfangen will. Und das ist natürlich, wie es hinter mir schon zu sehen ist, ein Aquarium. Hier sollte man auf jeden Fall bei der allerersten Auswahl darauf achten, was man für einen Verwendungszweck hat. Möchte man eher zum Beispiel in die Aquascaping-Richtung gehen oder möchte man eher die ganz klassische Aquaristik vertreten? Und da gibt es halt verschiedene Hersteller. Letztendlich ist es dann auch eine Herstellerwahl, denn verschiedene Hersteller produzieren für verschiedene Zwecke. So ist zum Beispiel ein ATA-Aquarium oder zum Beispiel ein Dennerle Nano-Aquarium eher gedacht für zum Beispiel den Aquascaping-Bereich, weil es hier zum Beispiel Weißglas einsetzt oder weil zum Beispiel da die Abdichtungen zum Beispiel mit weißem oder transparentem Silikon in der Regel gemacht werden. Andere Hersteller sind zum Beispiel, wie ich es jetzt hier habe, ein Juwelbecken, ein Tetra-Becken oder zum Beispiel von Fluval gibt es auch welche. Das sind dann eher so die Becken, die halt in den klassischen Aquaristik-Bereich reinreichen. Der zweite Punkt ist ein Unterschrank. Brauchen wir einen Unterschrank oder brauchen wir keinen? Stellen wir das Becken also zum Beispiel auf ein schon bestehendes Möbelstück im Zimmer oder stellen wir es auf einen extra dafür vorgesehenen Schrank? Hier muss man natürlich dabei beachten, dass natürlich je nachdem wie groß das Becken ist, also wenn man zum Beispiel kleine Becken hat, so ich sage mal jetzt einfach bis 30, 40, 50, 60 Liter vielleicht, ist das noch nicht ganz so schlimm. Aber wenn man zum Beispiel in 120 Liter Becken investiert oder zum Beispiel 200 Liter Becken, da muss man natürlich extrem darauf achten, dass zum Beispiel die Unterschränke auch dieses Gewicht des Aquariums tragen können. Und da kann man halt teilweise dann auch nicht einfach so ein Ikea-Billo-Regal dann nehmen, wo man halt das Aquarium draufsetzt, weil das kann einem dann schon sehr fies auf die Füße im wahrsten Sinne des Wortes fallen. Und wenn das Becken dann voll ist, dass der ganze Schrank einbricht, den kann man natürlich dann verstärken oder muss man auch verstärken. Aber je nachdem wie groß euer Becken gewählt ist, solltet ihr natürlich auch den Unterschrank wählen. Ja, ein anderer wichtiger Faktor ist natürlich die Beckengröße. Wie gerade eben schon angesprochen, zum Beispiel für den Unterschrank, ist es natürlich auch wichtig, sich klar zu werden, was will ich für eine Größe im Becken haben. Das heißt, wie viele Liter sollen in mein Becken reingehen. Hier reicht die Spanne von wirklich sehr, sehr kleinen 10 Liter Aquarien oder noch kleineren Aquarien bis hin zu 200, 300 Liter Aquarien. Und vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle, man sollte vielleicht nicht den, ja ich sage mal, Gedankenfehler machen, dass man mit einem kleineren Aquarium weniger Arbeit hat. Das stimmt nur teilweise, denn natürlich muss man für den Wasserwechsel nicht so viel Wasser zum Beispiel hin und her schleppen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass kleinere Becken aufgrund des geringen Wasseranteils, was dann halt da drin ist, schwerer zu pflegen sind. Weil hier zum Beispiel Veränderungen der Wasserwerte viel stärker wirken, als wenn ich zum Beispiel jetzt einen großen 120, 200 Liter Becken habe. Weil hier dann der, der zum Beispiel jetzt irgendein Wirkstoff sehr, sehr verdünnt wird. Das ist natürlich zu beachten. Ich sage mal so, als, ich denke mal, gute Anfängergröße gilt so 60 bis 120 Liter. Das ist jetzt ein 120 Liter Becken hier, was ich jetzt hinter mir stehen habe. Ich bin voll damit zufrieden. Vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich würde gerne eher in die Richtung Aquascaping gehen, sollte man vielleicht nicht unbedingt ein großes Becken sich zulegen, weil man, ich merke es jetzt auch schon, das geht ziemlich ins Geld. Denn für Aquascaping kann man sich ja verschiedene Bodengründe kaufen, verschiedenes Hardscape und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, ja, geht natürlich sehr ins Geld, gerade wenn man ein sehr, sehr großes Becken hat. Und natürlich auch die Pflanzenmasse, die dann ins Becken eingebracht werden muss, ist natürlich umso größer. Das heißt, wenn ihr wirklich ins Aquascaping gehen wollt, würde ich euch eine maximale Literanzahl von 60 Liter empfehlen. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich mache lieber 120 Liter Aquascape. Die anderen sagen, ich gehe wirklich ins kleine 30 Liter Nano-Becken. Das müsst ihr letztendlich für euch rausfinden. Nur vielleicht nochmal hier der Faktor des Geldes, dass man sagt, okay, wenn man halt hochwertige Pflanzen und andere Materialien kauft, ist es natürlich für ein kleines Becken günstiger als für ein großes. Für den Anfang von den Wasserwerten her gesehen und von dem ganzen Verhalten des Beckens eignet sich aber ein größeres Becken eher für Anfänger. Ja, kommen wir mal zu dem, was im Aquarium letztendlich drin ist. Und da fangen wir erstmal an mit der Technik. In den heutigen Sets, die man kaufen kann, ist meistens schon zum Beispiel ein Filter und Leuchtmittel enthalten. Falls das nicht sein sollte, kann man oder falls man zum Beispiel ein bisschen upgraden will, weil meistens ist zum Beispiel die Beleuchtung ziemlich mittelmäßig und der Filter teilweise in Ordnung, aber auch manchmal nicht ganz so gut dimensioniert. Kann man sich natürlich dann externe Mittel zukaufen und da fangen wir als erstes mal mit dem Filter an. Ja, bei den Filtern sollte man erstmal zwischen Innen- und Außenfilter unterscheiden. Was das Ganze ist, da habe ich hier auch schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr oben draufklicken, dann seht ihr dazu mehr. Vielleicht in der Kürze der Zeit jetzt so viel. Ein Innenfilter ist ein Filter, der mit dem Filterkorb im Becken betrieben wird, ein Außenfilter, der mit dem Filterkorb außerhalb des Beckens betrieben wird. Und letztendlich ist die Filterleistung bei einem Außenfilter in der Regel etwas besser, beziehungsweise kann größere Becken filtern. Das kommt natürlich dann darauf an, was ihr für ein Becken pflegen wollt. Ich sage mal so, ich würde Innenfilter immer eher bis 120 Liter maximal einsetzen und alles, was ab oder gleich 120 Liter ist, dann immer direkt mit einem Außenfilter filtern. Ganz einfach aus dem Grund, weil meines Erachtens Außenfilter besser sind. Sie sehen auch teilweise besser aus, weil halt die Technik außerhalb des Beckens gelagert wird. Man sollte aber dabei natürlich auch auf die Durchflussmenge achten. Die wird in der Regel auch von den Herstellern damit angegeben. Ich hatte euch ja in dem ersten Video schon eine Formel gesagt. Die werde ich euch hier unten nochmal einblenden, wie man ungefähr die Durchflussmenge eines Filters oder die Durchflussmenge, die der Filter haben sollte, die euer Aquarium filtert, haben sollte. Damit könnt ihr das ausrechnen. Und man sollte aber dabei bedenken, dass natürlich der Durchfluss des Filters, der auf der Verpackung steht, nicht immer ungefähr der Durchflussmenge entsprechen muss, die dann auch wirklich in der Realität zu schaffen ist. Kommen wir zu der Beleuchtung, die eigentlich auch relativ wichtig ist. Denn hier muss man sagen, dass in der Regel die Standardlampen, die mitgeliefert werden, zum Beispiel die im Deckel integriert sind, relativ schwach sind. Das heißt, damit würde man anspruchsvollere Pflanzen eher weniger pflegen können. Hier muss man sich auch vorher klar werden, was man in seinem Becken pflegen will. Da kann man sich zum Beispiel auf verschiedenen Foren einfach mal ein paar Bilder angucken, was so für Pflanzen in den Becken integriert sind. Und dementsprechend sollte man dann auch die Leuchtmittelauswahl treffen. Heutzutage wird eher auf LED-Technik gesetzt. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich auch noch auf der Röhrentechnik bleiben, verbraucht ein bisschen mehr Strom, kostet aber weniger auch in der Anschaffung. Was ihr natürlich jetzt an Beleuchtung wirklich braucht, das kann ich euch in diesem Video jetzt nicht sagen. Dafür gibt es aber zum Beispiel auf dem Forum FlowGrow einen sehr, sehr tollen, wie ich finde, Lichtrechner, bei dem man einfach mal angeben kann, was man für Leuchtmittel jetzt in seinem Aquarium hat und was das dann letztendlich an Beleuchtung ausmacht, ob es schwach, mittelmäßig oder sehr hell beleuchtet ist. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, was an einem Technikprodukt auch nicht im Becken fehlen sollte, gerade für kalte Wintertage, ja, das ist sicher schon, es ist ein Heizer. Bei den Heizern gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle mit richtiger Temperaturregelung, digitaler Anzeige, was auch immer. Letztendlich muss ich sagen, es tut ein ganz normaler Regler, mit dem man oben etwa die Temperatur ungefähr einstellen kann und dann springt er halt automatisch an, wenn das Wasser zu kalt wird. Ganz viel Schnickschnack braucht man nicht, ganz einfach gehalten. Bei dem Becken war halt auch schon einer dabei, den benutze ich in wirklich kalten Wintertagen. noch mit zu, weil man muss sagen, gerade wenn zum Beispiel das Becken, jetzt in meinem Zimmer ist es eigentlich immer konstant, gerade im Winter so 20 Grad oder 21 Grad vielleicht, wenn die Heizung läuft oder weniger läuft. Man muss dabei sagen, das Wasser nimmt ungefähr die Temperatur letztendlich oder die Raumtemperatur an. Das heißt, wenn ihr das Becken in einem sehr, sehr kalten Flur aufstellt, wo vielleicht sehr, sehr wenig geheizt wird, dann sollte man auf jeden Fall bei einem Heizer oder über einen Heizer nachdenken, weil sonst könnte es den Fischen doch etwas kalt werden. Ja, und dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen schon fast, einer CO2-Versorgung im Becken, also letztendlich über eine Bio-CO2-Anlage oder über eine Druckgas-CO2-Anlage. Was das Ganze ist, ob es da Vor- und Nachteile gibt, dafür habe ich schon ganz viele Videos gemacht, die findet ihr jetzt hier auch oben verlinkt, vielleicht auch nochmal hier ein kurzer Abriss in der Bio-CO2-Anlage. Da wird halt mittels einer, ja, der einen biologischen Vorgang CO2 erzeugt, was man selber bauen kann letztendlich und das dann in das Becken eingeleitet. Bei einer Druckgasanlage hat man letztendlich eine Gasflasche, die man halt zum Beispiel bei externen Versorgern dann auffüllen lassen muss und dann dadurch das reinbringt. Vor- und Nachteile könnt ihr, wie gesagt, in den anderen Videos sehen. Meines Erachtens braucht man nicht zwingend eine Bio-CO2-Anlage oder generell eine CO2-Anlage, aber es macht natürlich gerade am Anfang auch viel mehr Spaß, wenn die Pflanzen wirklich schön wachsen, alles schön grün ist. Von daher würde ich euch empfehlen, vielleicht mit einer Bio-CO2-Anlage einzusteigen, weil es halt die Kosten, ja, die Kosten sind dabei halt relativ gering. Natürlich sagen jetzt die einen oder anderen, ja, Druckgas ist viel besser, ist viel leichter und so weiter und so fort. Klar, kostet aber auch mehr. Von daher würde ich einfach sagen, gerade wenn man mit der Aquaristik anfängt und noch nicht weiß, bleibt man jetzt ein, zwei, drei Jahre dabei, würde ich immer vorschlagen, vielleicht erst mal eine Bio-CO2-Anlage kaufen oder vielleicht auch selber bauen. Da habe ich auch nochmal ein Video zu gemacht, findet ihr hier auch oben verlinkt. Und ja, von daher würde ich euch empfehlen, vielleicht eine Bio-CO2-Anlage mit in euer Becken reinzunehmen und ja, damit gehen wir auch zum komplett neuen Thema über. Und das neue Thema ist das Zubehör. Letztendlich brauchen wir in der Aquaristik natürlich nicht nur Technik, Aquarium, Fische und Pflanzen, sondern auch Zubehör. Und bei Zubehör ist aus meiner Sicht auf jeden Fall zum Beispiel ein Thermometer dabei. Man sollte auf jeden Fall Kescher besitzen, um zum Beispiel Pflanzenreste oder Fische mal aus dem Becken zu entfernen. Man sollte auf jeden Fall zum Beispiel Messbecher besitzen, zum Beispiel auch Spritzen besitzen, die man irgendwie bei der Apotheke gekauft hat, damit man einfach ein bisschen zum Beispiel Düngemittel aufziehen kann, damit man halt eine genaue Menge besitzt. Weiterhin natürlich Eimer und Schläuche, um natürlich einen Wasserwechsel im Becken durchzuführen. Vielleicht auch noch ein wenig Filterwatte, um zum Beispiel hier die Scheiben gut sauber machen zu können, weil die Schaber oder die Rasierklingen, die man kennt, hinterlassen sehr, sehr unschöne Kratzer teilweise. Da habe ich schon genug, mehr als genug hier in dem Becken drin. Von daher eher mit Filterwatte das Ganze machen. Und ja, das war es von einem Zubehör, was man so für den Start wirklich dringend braucht. Natürlich kann man sich da verschiedene Produkte noch zukaufen, aber das sind so aus meiner Sicht die Dinge, die man wirklich für den Start in der Aquaristik benötigt. Ja, starten wir mit einem allseits beliebten Thema in der Aquaristik, den Pflanzen. Und hier würde ich sagen, starten wir von ganz unten bis zu den Pflanzen dann hoch. Und ganz unten liegt meines Erachtens ein Nährboden. Da kann man sich jetzt aussuchen, man braucht ihn nicht zwingend, aber aus meiner Sicht ist ein Nährboden doch relativ förderlich, gerade wenn man halt zum Beispiel Kies, also normalen Kies oder Sand einsetzt und keinen Aquasoil zum Beispiel. Dann macht es natürlich Sinn, einen Nährboden einzusetzen, ist nicht zwingend erforderlich, macht das Ganze aber dann halt später in der Düngung aus meiner Sicht einfacher. Kommen wir dann eine Ebene höher und da tummelt sich dann der Kies oder den Sand, den wir einsetzen. Also letztendlich der richtige Bodengrund, den man im Becken sieht. Hier muss man sagen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sand- und Kiesarten und verschiedene Hersteller. Letztendlich muss man dabei sagen, es muss kein High-End-Produkt sein. Man sollte jetzt nicht gerade auf die Baustelle gehen und irgendwie Sand sich in eine Schubkarre tun oder in Eimer und das dann ins Becken kippen. Es sollte schon Aquariensand sein. Man kann aber beruhigt dann auch wirklich auf etwas niedrigerpreisige Produkte zugreifen oder normalpreisige. Also man braucht jetzt nicht den super speziell gewaschenen und was auch immer super Sand oder super Kies, sondern es reicht ganz normalen Kies und ganz normalen Sand zu kaufen. Wo man vielleicht wirklich Acht geben sollte ist, ob der Kies zum Beispiel abgerundet ist. Gerade wenn man zum Beispiel Panzerwälse oder andere am Boden lebenden Tiere, Garnelen zum Beispiel, hält, ist es natürlich für die angenehmer, wenn es keine scharfen Ecken und Kanten am Kies gibt und der sozusagen so ein bisschen rund geschliffen ist. Da ist aber meistens dann auf dem Kies oder auf dem, ja, also eher auf dem Kies dann eine Vermerkung drauf, zum Beispiel irgendwie rund geschliffen oder sowas. Kommen wir dann wirklich jetzt zu den Pflanzen, die wir als Anfänger-Aquarianer vielleicht in unserem Becken halten können, wenn wir es wollen. Also ich will euch hier überhaupt keine Pflanzenwahl vorschreiben, die ihr nehmen müsst. Letztendlich ist das jedem seine eigene Sache. Da gibt es auch, vielleicht bevor ich jetzt damit mit den einzelnen Gattungen anfange, einen super Katalog auf flowgrow.de. Da könnt ihr einfach mal gucken, da steht zum Beispiel auch bei, was für Wasserwerte benötigt werden, ob es eher eine anspruchsvollere oder eine weniger anspruchsvollere Pflanze ist. Und da anhand dieser Pflanzen oder dieser Pflanzendatenbank würde ich auch dann Pflanzen für mein Becken auswählen, wenn ich Anfänger wäre. Typische Anfänger-Wasserpflanzen sind zum Beispiel Wasserwedel, Javafahn oder zum Beispiel Wasserpest, was zum Beispiel auch Stängelpflanzen sind, da Stängelpflanzen halt relativ schnell wachsen und so zum Beispiel einen Nährstoffüberschuss im Wasser aufnehmen, weswegen dann halt in der Regel weniger Algen im Becken sind. Es gibt aber auch noch andere Pflanzen, wie zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Zettel hier gucken, Valisiniere. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich werde es einfach unten nochmal einblenden. Ich kann diese lateinischen Pflanzenbegriffe oder Pflanzennamen nicht aussprechen. Das tut mir leid. Aber hier unten seht ihr es nochmal eingeblendet. Ja, was man auf jeden Fall natürlich auch braucht, ist Hardscape. Und Hardscape sind letztendlich Materialien wie Steine, Wurzeln oder alles andere, was man so an Dingen ins Becken reinpacken kann. Einige stellen sich zum Beispiel einen Totenkopf noch rein. Das ist letztendlich jedem so, wie es beliebt. Also das heißt, da seid ihr wirklich frei. Hier tut es natürlich auch ganz normale Steine. Es gibt zum Beispiel teilweise Minilandschaften oder andere Lavasteine, die man ins Becken einbringen kann. Da ist der Kreativität letztendlich keine Grenze gesetzt. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man nicht einfach in den Wald geht und irgendwelche Steine und Wurzeln sammelt, weil je nachdem zum Beispiel Steine Kalk enthalten können. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das rausfinden kann, auch zu Hause. Wenn das dann in Ordnung ist, kann man sie natürlich mit ins Becken einbringen. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber man sollte jetzt nicht einfach irgendwas sammeln und das dann ins Becken rein tun, sondern erst dann vorher prüfen, ob man das ins Becken einfach einfügen darf. Ja, kommen wir jetzt zu dem letzten und teilweise auch wichtigsten Thema in der Aquaristik. Und das sind natürlich unsere Bewohner, die wir hier im Becken haben. Also letztendlich die Fische, Garnelen und andere Lebewesen, die wir hier im Becken halten. Man muss dabei sagen, ich kann natürlich jetzt hier nicht sagen, okay, hier kauft euch Fisch XY und den und den und den oder stellt euch da jetzt eine Fischzusammenstellung zusammen, sondern das ist sehr, sehr individuell. Zum einen, was euch gefällt an Fischen, beziehungsweise auch natürlich, was ihr an Gegebenheiten habt. Also ob ihr jetzt ein großes oder kleines Becken habt. Ob ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte eher Fische haben, die sich von alleine vermehren oder die ich zum Beispiel immer wieder, wenn sie dann leider von uns gehen, dann halt auch wieder nachkaufe und so weiter und so fort. Von daher vielleicht einfach einige Empfehlungen von meiner Richtung da. Man sollte jetzt einfach nicht hingehen in einen Zooladen oder wo auch immer ihr eure Fische kauft und sagen, okay, der Fisch sieht schön aus, den nehme ich mit nach Hause. Man sollte sich vielleicht vorher einfach mal im Internet oder zum Beispiel auf FlowGrow wieder so ein bisschen über verschiedene Fischarten oder Anfängerfische ein bisschen informieren. Einfach damit man mal so ein grobes Gefühl dafür bekommt, was für Becken oder was für Tiere werden zum Beispiel in Gemeinschaftsbecken gehalten. Damit man halt einfach weiß, wenn man schon im Laden ist, okay, dieser oder jener Fisch, der passt eher zu meinem Becken oder zu meinen Bewohnern, die ich vielleicht schon im Becken habe oder die halt jetzt alle neu kaufen möchte. Abraten würde ich auf jeden Fall von der Taktik, okay, weißt du was, Kampffische sind momentan richtig geil, die kaufe ich mir jetzt und kaufe mir auch noch andere Fische dazu. Das muss natürlich passen. Also ich würde Kampffische zum Beispiel nicht mit anderen Fischen im Becken halten beziehungsweise halt auch nicht teilweise so artungerecht halten, dass sie halt zum Beispiel in einem 10-Liter-Becken drin sind oder in einem 5-Liter-Becken, also ein Kampffisch. Da muss man halt immer gucken, wie werden diese Tiere artgerecht gehalten und muss dann halt auch dementsprechend entscheiden, okay, diesen oder jenen Fisch, den nehme ich jetzt mit in mein Becken, weil er dann auch artgerecht gehalten werden kann. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise weiß ja noch so ungefähr, was ich für Fische damals in meinem Becken so als mit einem der ersten Bewohner drin hatte. Und das sind halt so Standard-Anfängerfische wie Guppies, die halt ja ziemlich gebärfreudig sind und gerade vielleicht als Anfänger es viel Spaß macht, da auch zu sehen, dass man zum Beispiel Nachwuchs bekommen hat. Auf der anderen Seite sind natürlich beliebte Fische zum Beispiel Salmner-Arten, also das heißt zum Beispiel Neonfische, also Neonsalmner oder zum Beispiel Fische, die am Bodengrund leben, wie Wälse, Panzerwälse zum Beispiel oder Fischarten wie Mollies, also Black Mollies oder was es da auch immer noch gibt, vielleicht Golden Mollies oder wie die auch immer alle heißen, diese ganzen Kreuzungen, die es gibt. Und ich hatte zum Beispiel auch Schwertträger mit drin. Da habe ich aber jetzt im Zuge meiner Recherche hier zu diesem Video gesehen, dass die halt doch ein wenig kritisch sind und da sollte man dann halt gucken, dass man ein relativ großes Becken hat, weil die halt ziemlich viel, ich sehe jetzt einfach mal Auslauf brauchen oder ziemlich viel Wasser, wo sie durchschwimmen können. So und das sind meiner Meinung nach die Dinge, die man wirklich, wirklich für die Aquaristik oder für einen Start in der Aquaristik benötigt. Der ein oder andere sagt jetzt, okay, vielleicht braucht man das nicht oder das Produkt brauchst du auf jeden Fall unbedingt. Das ist meine Meinung, die möchte ich euch hier in diesem Video darlegen. Jeder hat natürlich da seine Meinung. In der Aquaristik gilt generell, viele Wege führen nach Rom. Ihr Aquarianer habt das so ein bisschen anders. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich immer hier unter dem Video auch eure Fragen natürlich posten. Da werde ich versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man aber auch dabei sagen, wenn man ein bisschen auf Google sucht, dann wird man teilweise gute Beiträge, aber auch viele oder einige negative, also viele gute Beiträge, aber auch einige negative Beiträge finden. Und ja, da müsst ihr euch so ein eigenes Bild dann machen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten wirklich in die Kommentare rein. Dann versuche ich sie zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil dieser Folge. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.